1, 0, jetzt kommt Travis! Alles gut! Alles gut! Dirok, hab ich gesehen, hat auch wieder Steil das komplette Rucksack gehabt. Hier ist jemand. Dirok. Was denn? Dirok. Was ist ein Dirok? Was geht, was geht? Heute seht ihr ein etwas anderes geschnittenes Video. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo und Like da. Kuss auf Nuss. Und jetzt rein da. Ja, das sagt die Stimme von Dirok. Moin! Schaut Dirok. Ach, Gallo. Hab ich dir gesagt, oder? Was hast du gesagt, ne? Was? Was? Also vielleicht keine Cold War von der Namen hatte. Nines. Letztab hast du eben alles daneben geschossen. NNINE! Halt die Karte, genau. Kann das alles noch lebt? Naja, war. War noch? War noch links unten, glaub ich. Warte mal. Wer wurde gefüllt? Wer wurde gemütet? Tirok! Ich, ich, nein, nein. Schwätzt nicht. Was ist hier gerade passiert? Schwätzt nicht. Gießt du ihn, Dirok? Ja, nice. Was ist gerade bei Dirok passiert? You're safe. Hier ist noch einer, ne? Dirok! Warum denn Dirok? Dirok! Nein. Nein, ich darf mich nicht auf! Ah. Das ist wirklich. Nach! Stunz! Oh! Mann! Demo! Hat er? Ich weiß nicht. Oh Mann, wie lange das Stand ist! Kann der Stunlerf nicht endlich kommen? Was? Ich gehe nochmal einen Drop zum 20. Mal jetzt. der wurde öfter benutzt als christen mutter wo ist denn hier shotgun wie viele teams sind hier es war gegen das nein muss noch einer sein hier in dem haus muss noch da drin sein das hätte ich auch nicht gekallt dass noch einer ist was soll ich sagen zwei warum will ich dich eigentlich anfassen da hat einer gerade so eine stelle von mir bekommen nur teilern das kann man nicht auf deutsch gucken das funktioniert nicht man kann nicht auf deutsch fans gucken dann sagen es gut ich finde es möglich was wird ihm jetzt einfach gestimmt bist du schlecht ich habe nie gesagt dass den show will nicht mal nirgendwo so ich gehe bei präsentieren da ist ein one shot ich gehe bei präsentieren weil ich tippe ich brauche ich brauch's wieder ich brauch's natürlich brauchst du das dass du das immer noch nicht hast du das schenkt ich will Schluss machen ach man ihr seid so schlecht war das noch ein anderes team das ist ja nicht das ist ja nicht der arme hat noch keinen sieg und freut mich über den lustig was euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da was geht raus oh mein gott gänsehaut haben wir an darum an gänsehaut